Ja, wir sind ja in Köln auf der IMM Cologne auf dem Let's We Smart Stand. Und Smart ist nicht nur der Stand, sondern auch unser Bio-Hybrid, der hier integriert ist in den Stand. Der Bio-Hybrid ist ein neues Mobilitätskonzept, auch Smart für die Städte von morgen. Und hinter uns ist die Passenger-Variante. Wir haben dann ein Mobilitätskonzept entwickelt auf einer Plattform mit einer Plattformstrategie. Das heißt, wir können einmal einen Personentransport hier darstellen, aber auch den ganzen Cap-Bereich, den Kurier-Express- und Paketbereich auch da eine sinnvolle Alternative bieten für den Transport von Waren, von Paketen etc. Und das auch alles schnell, sauber und effizient direkt am Stau vorbei. Weil für den Bio-Hybrid brauchst du keinen Führerschein, keine Versicherung. Es ist rein gesetzlich wie ein Fahrrad und somit einfach einsteigen und losfahren. Ja, der Bio-Hybrid ist ein neues Mobilitätskonzept zwischen Fahrrad und Auto. Quasi das Beste aus beiden Welten. Wir haben also ein Dach. Wir sind kompakt, schneller und effizienter, somit auch unterwegs in der Stadt. Wir brauchen viel weniger Platz in der Stadt. Auf einen Autoparkplatz passen nämlich genau drei Bio-Hybride. Das Fahrzeug ist smart, komplett vernetzt. Alles, was man braucht, um das Fahrzeug zu bedienen, haben wir auch am Fahrzeug hier am Lenkrad. Egal, ob es darum geht, loszufahren, zu blinken, das Licht anzumachen, das Licht auszumachen, den Scheibenwischer zu betätigen, aber erweiterte Funktionen haben wir nämlich hier auch in der App. Das heißt, wir können auch hier in der App von zu Hause das Licht an- und ausschalten, schauen, ist die Batterie voll, wie ist der Batteriestatus, wie weit komme ich mit der Batterie, komme ich von A nach B in der Stadt. Und das ist dann sinnvoll, egal ob wir den Personentransport haben oder wenn wir jetzt ein Kurier-Express-Paketdienst sind, dann kann ich genau schauen, wie weit komme ich dann noch mit meiner Ladekapazität von A nach B.